Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Wir spielen heute wieder auf dem Public Test Build. Und wir spielen heute auch gegen Ghostface und haben uns dafür gut gewappnet, indem wir die Perks Bindung, Plünderer-Spürsinn, ausgewogene Landung und Vorwarnung mitgenommen haben. Viel Spaß mit der Runde. Ja, und da sind wir auch in der Runde. Und Überraschung, wir spielen gegen Ghostface. Das ist, besser gesagt, gegen den neuen Ghostface, denn da hat sich ja jetzt einiges getan. Meine Vorwarnung klingelt, Ghostface ist hier um die Ecke, denke ich. Gerade hinter dir. Das ist so schlau, hier am Generator weiter zu sitzen. Ich schaue nach links und du schaust hier durch die kleine Tür, okay? Okay. So, wir sind gewappnet, wir sind eine Festung. Und jetzt werden alle so denken, woher weiß der, dass wir gegen Ghostface spielen? Weißt du, das Spiel geht los und du so, wir spielen gegen Ghostface. Naja, oben rechts steht PDB, Public Test Build. Okay, und er hat den erst schon mal hochgestockt. Ja. Man kriegt ja nicht mal eine Warnung, wenn der ein Kink ist. Links von mir irgendwo? Nee, man hört das nicht, aber man sieht es halt unten. Ja, ja. Aber ich habe angeschaut gerade. Kann aber so sein, dass es auch unter uns ist. Unter uns, das hinten ist jemand mit Objektebesessenheit. Ich gehe mal nach unten und neck mir mal die Kiste. Quatsch, Bindung, Bindung hier unten. Ja. Bündung hier mal drum, aber. Ich bin ja, du siehst, da hinten jemand mit Objektebesessenheit. Ja, nee, Bindung, Bindung. Ja, ja. Okay, anscheinend doch bei jemand anderem. Und das Wort, das war die Fänge hier, das ist die Gefährdete. Ach so? Ja, ja, naja, der hat die andere gehauen, die ist da hinten. Okay, wo immer das ist. Ja, na, darum dachte ich halt, hm, das ist die Wahrscheinlichkeit, ne? So, ich schaue... Ich schaue nach rechts. Du schaust nach hinter dich, ne? Ja, ja, naja, genau, ich habe zu diesem. Ja, ich habe das andere so ein bisschen im Blick. Ich glaube, du hast Klopfen. Hm. Das Schöne ist, wir spielen hier auf dem PDB, das heißt noch kein Ruin und sowas. Also, zumindest nicht bei den meisten Killern, ne? Aber mein Ghostface hat es, glaube ich, sogar... Schau dich schon mal an. Ja, ja, ich dachte es, ich dachte es. Hat sie jetzt geslackt, hm? Ach, es hat sich nicht... Ich habe ihn nicht mal aufgedeckt. Ach so. Er hat den irgendwo... Ja. Oh, ne, er hat dieses Druck. Ja, ja, er hat mich hoch... Er hat sich in mir hoch... Ich Idiot! Shit. Ja, ich dachte er hat angetäuscht. Da habe ich mich selbst gemeint, Game. Ich Idiot! Er hat, äh... So ein Ghostface-Perk, ne? Dass die Generatoren versperrt sind, wenn er mich aufhebt. Ah, okay. Ich glaube, irgendwas mit Zittern. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. So nicht. Ich glaube, der Ende ist, ich bin ganz ohr. Wie ist das, wenn du die hörst? Ja, ja, ja. Die Installation machen. Ja, das stimmt. I'm all ears. So, jetzt hinten heilen sich die beiden. Du bist unten im Keller. Ja. So, die waren jetzt die Rettungsaktion. Ich sehe aber Ghostface auch nicht in meiner Nähe. Das heißt, ich hoffe einfach mal. Okay. Cool. Unten im Keller, oder wie? Ja. Das ist natürlich kacke. Da sollte man... Kein Ort, wo man jetzt gegen Ghostface sein möchte, ne? So schnell wie der einen manchmal hochstolt. Und ich glaube, der hat sich schön in der Ecke gelegen. Du konntest dich direkt sehen, oder? Ja, ich habe ihn dann eigentlich gesehen. Aber der war dann halt so schnell oben. Mhm. Naja, fünf Sekunden, ne? Naja. Brauch er, dann bist du gefährdet. So, ich versuche dich mal zu retten. Wie gesagt, kann er so durch diese Lücken durchschauen? Ich glaube, ich glaube, so wie Michael halt. Er kann... Aber wie ist denn das dann mit dem Detekten? Wenn du hinschaust, kannst du ihn auch durch die Wand detekten? Ich habe Ghostface noch nicht so krass get... Das kann ich dir alles nicht beantworten. Weil ich habe halt beim Plündern der Kiste, habe ich halt da hingeschaut, weil das war halt der einzige Eingang, den es halt gibt, ne? Man konnte ihn halt nicht detecten, aber... Als ich ihn dann gesehen habe, hat er mich sofort... Kann natürlich sein, dass er mich vorhin schon gestalkt hat. Ist der hier? Ja, ja, der ist hier um der Ecke. Such. Aufgedeckt. Aber nicht von mir, sondern ich glaube von der Fang. Die Fang ist trotzdem gefährdet. Mhm. Ich will gar nicht... Vor allem, man sieht gar nicht, wie weit er einen selbst gestalkt hat. Man weiß nicht, ob man sich jetzt besser umschauen sollte oder nicht, ne? Ja, das kann ich sagen. Wo der uns vor uns erwischt hat. Ja, das kann sein, genau. Und der ist jetzt halt in den Keller gegangen, hat um die Ecke geschaut und war sofort hochgestalkt. Ja, du brauchst ja 1,5 Sekunden, um den zu hoch rauszuentdecken. Vielleicht spielt er auch mit Addons. Es gibt da teilweise Addons, die dann jetzt den Effekt haben, dass du den halt noch schwieriger aufdeckst und da irgendwie näher ran musst oder solche Sachen. Ich weiß, ich bin aber nicht so sicher. Ich habe mir diese Addons nicht alles durchgelesen. Ich habe es aber mal in Streams und Videos gesehen. Da gibt es schon ein paar fiese Addons-Lationen. Ich habe ihn aufgedeckt, aber er konnte mich trotzdem noch stalken. Mhm. Na, während des Aufdeckens kann er dich noch stalken. Bis du ihn voll aufgedeckt hast. Naja. Ja, der leuchtet doch dann so weiß, der noch aufgedeckt ist, ne? Ja, der leuchtet ganz kurz so weiß auf. Okay, ich bin hier unten. Du bist in der Nähe, ne? Ja. Aber lass dich bloß nicht aufhören, du bist noch gefährdet. Naja, hab mir gefehlt. Gut, dann lauf lieber. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen Glück mit der Map. Weil die ist relativ offen, sag ich mal. Okay. Also, ich meine, hier ist halt kein Gras. Ghost's Face kann nicht durch irgendein blödes Fenster schauen. Das stimmt, ja. Oh, der ist hinter mir. Oh, der ist hinter mir. Oh, der ist hinter mir. Okay, dann nicht. Ich hab irgendwie sehr leise einen Herzschlag gehört, aber irgendwie das nicht so richtig realisiert, dass er da ist. Shit. Heimer. Die Clodette. Ich probiere hier nämlich die ganz trashigen Mindgames, einfach, weil ich's kann, ne? Das heißt, wenn du jetzt schon wieder liegst, denk ich mal, du kannst es nicht. Nee, ich kann ja die richtig trashigen Mindgames. Das heißt nicht, ich kann's nicht besser. Das heißt nur, ich kann's, ne? Aua. Hat er mich gehauen. Die Clodette hier zückt erst mein Insta hier. So, und bekomme ich jetzt einen Verletz. Ah, der hat aus dem Zirkus die Obsession wechselt. Okay. Deshalb war sein Herzschlag vorhin so komisch. Das kann sein. Aber das ist ja nur in der Jagd, ne? Ja. Das finde ich, das hab ich ganz am Anfang auch irgendwie falsch verstanden. Da dachte ich, dass das halt dauerhaft wär. Wenn's dauerhaft wär, okay, dann wär's noch ein ganz okay-Jäger-Perk. Ja. Aber wenn's nur in der Jagd ist? Ja, ja. Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil zu beobachten und zuschlagen, ne? Ja. Ja, stimmt eigentlich. In der Jagd hast du halt einen kleinen Terror-Radius. Ja. Aber hier mussten wir erst mal arbeiten. Ja, ja. Und, ja. Und der kann dann plötzlich weg sein, wenn die Besessenheit tot ist. Ja. Aber ich glaub, der spielt mit den drei einzigartigen Perks. Das heißt... Wollen sind... Ach ja, wir dürfen hier keine Wash-Aktion machen. Was macht der? Hat mich hingeworfen, geschlagen, hat mich wieder aufgehoben. Ach so, nee, das hat er gemacht, falls du mit dem Perk Adrenalin spielst. Da hat er dich hingeworfen. Danach wärst du nämlich nicht liegend, sondern wieder verletzt gewesen. Dann hättest du aber direkt seinen Schlag abbekommen und könntest deinen Adrenalin-Spritboost kaum mehr richtig nutzen, weißt du? Ah, okay. Das ist eine ziemlich fiese Taktik, um Adrenalin-Hart zu kontern. Also, ich meine, gut, der Überlebende, wenn der damit rechnet, dann ist der vielleicht, aber ich weiß nicht, ob der das überhaupt schafft, so schnell wieder weg zu sein. Ja, ich hab mich so eine Ecke geworfen. Ja, weil Ghostface ist ja auch nicht gestunnt oder sowas dadurch, ne? Ja, ja, eben. Oh, ja gut, das war... Ich hab jetzt irgendwie mehr auf die Kledett geschaut, anstatt auf den Torbalken. Ich hab' mir gejagt. Du wirst gejagt? Ja. Irgendwann müssen wir mal einen Schlag denken. Komm, die entgegen. Er ist hinter mir mit einem obenen Messer. Aber er ist stehen geblieben, um zu stalken. Okay. Die fangen, ne? Lass die sich jetzt wirklich nochmal stalken? Na gut, aber ich glaub, die wird so oder so rauskommen, oder? Ja. Wo ist der? Er ist noch in seinem... Er kommt dem raus, oder? Naja, ich schau nochmal ganz kurz, was er macht. Oh, da! Shit, ich hab' nicht ganz aufgedeckt, ne? Ein richtiges Dächelspiel von mir. Ich ging zweimal am Haken und wurde zweimal auf den Schrank gezogen. Oh, schau mal, die Kledetti hat's nicht mehr geschafft. So, pass auf, jetzt rennen wir raus. Das ist nämlich der Moment, in dem wir rausrennen. Ja, richtig, ja. Komm, rennen wir raus. Ja, warte, ich will noch ein bisschen gucken. Aber die Kledetti hat wirklich ein bisschen... Aber gut, ist ja eh nur PTP, also es ist eigentlich Wurst, wenn man jetzt rausrennt, oder nicht. Die einzige Angst, die noch bleibt, ist halt höchstens vor Blutwächtern, ne? Darum dachte ich mir, so, jetzt aber raus, ansonsten wird's knackig. Ja, stimmt. Boah, wenn der jetzt wirklich mit Blutwächter gespielt hat, ne? Dann hatten wir so ein Schweineglück, weil dann wäre der Endgame-Timer abgelaufen, wir wären tot. Ja, ist wahrscheinlich. Okay, die ist tot, dann sehen wir gleich. Nee, hat er nicht. Hat er ja nicht, okay. Er hat gebiets, war ein Gebiets. Ja, okay, das, ne? Er verringert deutlich die Reichweite, innerhalb welcher Killer von Überlebenden entdeckt werden kann. Ah! Er hat sogar das Ättern dabei. Ja, deshalb, weißt du, ich bin dem direkt in die Arme gelaufen, ne? Und hab den angeguckt und dachte, okay, das ist doch jetzt aber garantiert schon eine anderthalb Sekunde. Aber anscheinend hat das Spiel noch nicht das sofort registriert, ne? Ja, ja. Okay, und die Kraft... Schnellere Aufladen geklappt. Okay, ja. Vernünftige Airguns, ziemlich gute. Was man already hat. Ja, er hatte noch geschrieben, es hat viel zu lange gedauert, ein Killer-Match zu bekommen. Das kann ich so unterschreiben, das dauert eine Dreiviertelstunde. Ja, ja. Das ist schrecklich. Er hat dann irgendwann aufgehört. Ja, na gut. Ähm, ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren lassen. Das war unsere erste Runde gegen den überarbeiteten Ghostface. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020